Moin und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, Freunde und Abonnenten meines Kanals. Es geht weiter mit Let's Play Final Fantasy XIV Online. Ja, ich habe mir eine frische Abon... Abon... Fängt schon wieder gut an. Abonno-Mordzeit gekauft. 30 Tage und ja, das heißt wir können, beziehungsweise ich kann das Let's Play fortführen. Und ja, ich habe auch schon wieder richtig Bock. Wir nehmen wieder ein wenig was auf in einer neuen Session. Wie lange kann ich wieder nicht sagen, je nachdem wie viel Lust ich habe. Also ob es wieder 50 Minuten wird, mal gucken, vielleicht auch ein bisschen weniger. Man wird es sehen. Ja, auf jeden Fall sind wir in der letzten Folge hier in Linsa Lominsa angekommen, haben so ein bisschen die Abenteurer-Gilde kennengelernt, haben uns da registriert. Und jetzt... Ja, haben wir uns... Dann haben wir uns so ein bisschen in Linsa Lominsa, das ist hier die Beginnerstadt, wenn man zum Beispiel einen Hermetiker spielt, den ich ja spiele, uns angesehen. Und ja, haben einige erste Aufträge angenommen. Und so waren hier bei der Post. Wir haben übrigens noch zwei Briefe bekommen, die ich jetzt auch gleich abholen werde. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall in dieser Folge noch weiter in Linsa Lominsa umgucken. Und vielleicht kriegen wir das dann ja auch hin, schon das erste Mal außerhalb von Linsa Lominsa ein paar Dinge zu entdecken und vielleicht auch schon die ersten Kämpfe zu bestreiten. Gut. Lange Vorrede mal wieder. Verzeiht mir meine wunderbare Frisur. Ich habe vorhin geduscht und ich habe meine Haare einfach so trocknen lassen. Und deshalb sehen die so aus, wie sie aussehen. So, jetzt haben wir hier nochmal zwei neue Briefe. Was haben wir hier nochmal? So eine Mockery-Kappe. Und noch eine Kai-Cis-Puppe. Jetzt haben wir aber auch wirklich alle Briefe angenommen. Und ich werde jetzt auf jeden Fall ins Arsenal-Eimer gehen. Das ist mit STRG und I. Und werde hier die Freundschaftshaarspange ausrüsten. Denn die gewährt nochmal bis Stufe 25 einen Routine-Bonus von 20%. Gut, da ist sie auch schon ausgerüstet. Und ja. Dann machen wir gleich mal weiter in Linsa. Ich denke, es bietet sich eigentlich an, wenn wir... Da ist das hier schon... Ich muss mal kurz ranzoomen. Schuld sind immer die Ratten. Okay, hier ist auf jeden Fall noch einen Quest. Einen Quest, ein Quest. Oder einen Quest. Eine Quest, meine Güte. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal hier längs und nehmen doch den Quest gleich mal mit an. So, das ist die liebe... Oh, diese Namen. Nansa. Du kennst doch die verrückte Brücke. Gleich hinter dem Sturmtor. Sie ruht auf wuchtigen Metallplatten, die von unseren besten Plattnern gefertigt wurden. In letzter Zeit aber häufen sich Berichte, dass die Brücke knackt und klappert. Daraufhin hat Baderon eine Untersuchung angeordnet. Sie hat ergeben, dass die Metallplatten unter dem Einfluss von dort tausenden Dockratten leihen. Deswegen möchte ich, dass du fünf Ratten in den Nähen der Brücke erledigst. Das sollte auch die übrigen Ratten vertreiben. Dann erstatte Baderon in der Ertränkensorge. Das werden wir auch machen. Wie gesagt, viele Aufträge hier. Und dann... ...gehen wir... ...ich glaube hier oben... ...doch da hinten ist noch einiges. Da werden wir dann auch mal zu Fuß hingehen. Ich werde mal Sprinten aktivieren. Ich glaube, wir können hier auch an der Seite vorbei. Wenn ich mich nicht irre... ...oder irre ich mich? Nein. Ich denke mal, was macht hier so ein Tappelgeräusch? Aber das ist ja mein kleines schwarzes Schokobo-Küken. So, hier oben ist auch die Marodeur-Gilde. Da können wir übrigens auch einen Ätheriten aktivieren. Genauso wie hier vorne. Wir gehen jetzt erstmal hier nach links. Da kommen wir nämlich soweit ich weiß zur Gourmet-Gilde. Und ja, dann harmonisieren wir uns erstmal hier. Ich gucke immer mal wieder so ein bisschen nach links, weil da mein... ...weil da mein zweiter Bildschirm mit OBS ist, wo ich aufnehme. Gucken wir mal, ob das auch alles soweit ganz flüssig läuft. Aber es sieht sehr gut aus. Mein CPU ist überhaupt nicht ansatzweise belastet. Ich nehme ja mit 60 FPS auf. Das haut doch alles hin. So, jetzt haben wir hier noch einen Quest von der lieben Hilarono. Willkommen in Bismarck. Habe ich eine Reservi... Na nun, seid ihr etwa ein Abenteurer? Wer dem so ist, hätte ich eine dringende Bitte. Es hat sich urplötzlich eine große Gesellschaft angesagt. Doch wir haben nicht genug Vorräte, um alle zu bewirten. Würdet ihr frei lebende Schafe erlegen und vier Stück frisches Schaffleisch einsammeln? Damit wäre uns sehr geholfen. Wo man eine Schafhände findet, kann euch der Wachmeister oder Wachmann Abil Fah sagen. Er ist in der Bolverkalle im Erdgeschoss unter der Hafenbar zur Ertränkensorge. Okay. So, aber wir hatten, glaube ich, ja auch noch einen Quest, den wir abgeben müssen. Eine Liste mit Zollschuldnern, Faustkampfmanager, Wurstfabrikanten, abscheuliche Kerle. Nur auf den eigenen Profit erpicht, ohne sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst zu sein. Hier ist die Schulterliste, liebe Latisha. Ich werde der Zollbehörde mit Freunden bei der Verfolgung dieser Halunken behilflich sein. Alles andere ginge gegen die strikten Prinzipien des Blitzmarks Eoseas Ilsen Restaurant. Ich habe ja Verständnis dafür, dass der eine oder andere alles dafür tun würde, um eine unserer hoch dekorierten Speisen zu kosten. Aber Steuerbetrug? Sobald ich einer dieser Schurken erblicke, werde ich sofort die Zollbehörde in Kenntnis setzen. Und sie hat natürlich auch, so wie es ist, einen Folgequest. Wir sind mit Herz und Seele bei der Arbeit und tun alles, damit unsere Gäste zufrieden sind. Aber nicht jeder Kunde weiß das zu schätzen. Gerade neulich hatten wir wieder einen Fall von Zechprellerei. Unsere Köchin R-Sus-Sumo hat ein Phantombild erstellt. Bitte lass es dir von ihr geben und bringe es den Gelbjacken. Die steht hier oben, die Liebe. Da rackert man sich ab, um die besten Zutaten zu finden und feilt tagelang an einem Rezept. Und was ist der Dank? Der Gast macht sich auf und davon, ohne zu bezahlen. Bitte bring dieses Phantombild zu Gudebert von den Gelbjacken. Du findest ihn im Korallenturm. Hoffentlich schnappen sie den Schurken. Das ist ganz praktisch. Dann können wir nämlich da gleich einen Bericht abgeben, weil wir sowieso zur Marodeur-Gilde müssen, zum Korallenturm. Liegt auf unserem Weg. Hier oben ist auch wieder ein Quest von Morden. Du bist doch Abenteurer, oder? Würdest du etwas für uns erledigen? Wenn alles gut läuft und unser Anführer gefallen und deine Arbeit findet, dürfte sich das für dich lohnen. Es ist kein geringerer als Kavalelein, Anführer der bekümmerten Klabauta, einer der größten Piratenverbände Limsa Lomensas. Wir hatten ja sogar noch einen kennengelernt. Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Geh die Treppe hoch, dann findest du ihn auf der Terrasse. Das war der Piratenverband, wo wir doch die Anführerin aufmuntern mussten. So, da ist er auch schon. Willkommen, geschätzter Abenteuer. Ist es nicht herrlich, hier auf der Terrasse der ideale Ort, um meinen Tartar aufzufrischen? Bei dem Wetter, naja, aber ein paar UV-Strahlen kommen bestimmt auch durch. Kommen wir zur Sache. Vielleicht weißt du schon, dass wir hier im Kraut und Rüben die feinsten Gewürze verkaufen. Gerade heute Morgen erst haben wir wieder seltene Gewürze aus dem Osten hereinbekommen. Ganz legal, versteht sich. Unsere Erwerbsmethoden sind von höchster Stelle abgesegnet. Jetzt kommst du ins Spiel. Würdest du diese Kraut- und Rüben-Säckchen ausliefern? Daran befinden sich Gewürzproben. Und eine kurze Erläuterung zu der Herkunft der Gewürze. Bringen sie zu Genande im Korallturm und zu Lünksat, dem Chefkoch in Bismarck. Du bekommst auch eine Belohnung. Aber pass auf, dass du keines der Säckchen verlierst. Wird erledigt, wird erledigt. Wir sind sowieso auf dem Weg dorthin. Und sie auch gleich wieder harmonisieren. Ich glaube, dann haben wir auch nur noch einen kleinen Ätheriten hier in Limsa, mit dem wir uns noch harmonisieren müssen. So, hier ist Genande. Ich glaube, Nande, sage ich immer. Nade heißt sie. Wir sind die Gelbjacken. Wächter Limsa Lominsas. Möchtest du etwas Verdächtiges melden oder dich über jemanden beschweren? Nicht zu schüchtern. Nur raus mit der Sprache. Wer war es? Hier ist ein Kraut- und Rüben-Säckchen. Gewürze vom Kraut- und Rüben, sagst du. Das sieht mir sehr nach Schießpulver aus dem Kaiserreich aus. Dafür würde mir die ein oder andere Verwendung einfallen. Schießpulver ist kein Gewürz. Da hast du zweifelsohne recht. Aber wir nennen alles, was über die Meere geliefert kommt, Gewürz. Alter Seefahrer braucht. Und bei den bekümmerten Klabautern handelt es sich nicht um irgendwelche verbrecherischen Piraten. Sie sind ganz offiziell im Gewürzhandel mit dem fernen Osten engagiert. Handelsschiffe unter Waffen, nennt man so etwas. Oh, und sie hat natürlich auch ein Quest. Vielleicht hast du ja schon davon gehört, aber in Linsa-Lumensa werden in letzter Zeit immer mehr Personen vermisst. Ich habe eine Liste mit den vermissten Personen erstellt und möchte, dass du sie meiner Kollegin Nidilika übergibst, die in der Bollwerk-Halle Wache steht. Auch das erledigen wir. Aber erstmal noch müssen wir noch zu Godebert. Du hast ein Phantom-Feld von dem Zech-Briller in Bismarck, lass mal sehen. Also, Phantom-Bilder sind ja wirklich wichtig, damit wir Gebjag unsere Arbeit verrichten können. Und wir wollen den Täter so schnell fassen wie möglich. Aber mit diesem Phantom-Bild lässt sich nicht viel anfangen. Das kann ja jeder sein. Man erkennt nicht nur einmal, ob es sich um ein Lalavelle oder ein Rögerdien handelt. Tja, vielleicht hilft es etwas, wenn wir Sumo einmal direkt befragen. Bitte richte ihr aus, sich bei uns zu melden. Da konnte wohl dann nichts erkannt werden. Auf dem Phantom-Bild. Dann gehen wir nochmal zurück und richten das der Lieben aus. Ach, jetzt springen wir einfach mal runter. Ich weiß, ich könnte eigentlich auch immer Spritten einsetzen. Mache ich aber immer so selten. So, hier ist die Liebe. Danke, dass du den Gelbjacken in mein Phantom-Bild gebracht hast. Damit sollte der Zech-Briller so gut wie gefasst sein. Ich bin nämlich nicht nur eine begnadete Köchin, sondern auch eine talentierte Zeichnerin. Wie bitte? Ich soll eine persönliche Aussage bei den Gelbjacken machen? Was gibt es denn noch zu klären? Das Phantom-Bild müsste doch alle Fragen beantwortet haben. Na gut, wenn es der Verfolgung des Täters dienlich ist. Ja, Liebe, das war nicht ganz so ersichtlich, dein Phantom-Bild, was das sein soll. So. Du bist für das Kraut und Rümer unterwegs und hast eine neue Gewürzprobe mitgebracht? Dann zeig mal her. Hm, das ist aber eine interessante Duftnote für Firish Süß mit einem Hauch herben Aromas. Aha. In der Erläuterung steht, dass das Gewürz ein Wurzelgemüse aus der O-Tarte-Ebene ist. Da mache ich mich gleich mal, da mache ich mich gleich mal daran, ein neues Rezept zu erfinden. Kavalein ist in der Tat ein geschickter Händler. Man sagt, dass die östlichen Gebiete vom Galäischen Kaiserreich besetzt wurden. Es kann nicht leicht sein, an Waren aus dieser Region zu kommen. Bestimmt hat er seine eigenen Mittel und Wege. Gut, damit haben wir auch seinen Quest erledigt. Ähm, wo laufe ich hin? So. Wir haben hier deine Gewürze, deine Gewürze in Anführungszeichen abgeliefert. Da bist du ja wieder. Dank deiner Hilfe kommen die neuen Gewürze gut an. Viele sehen uns noch als barbarische Piratenbande, die rücksichtslos plündernd über die Meere streift. Aber seit Admiral Mervip uns Kaperbriefe ausstellt, ist unsere Arbeit ganz legal. Händler unter Waffen nennt man uns. Unsere Handelspartner sind die Schiffe des Skalearschen Kaiserreichs. Nur die bringen wir auf. Nur die bringen wir auf. Ganz zum Wohlelimsa Lominsas. Nur die bringen wir auf. Ganz zum Wohlelimsa Lominsas. So macht man heutzutage Schäfte und die bekümmerten Klabauter gehen eben mit der Zeit. Selbstverständlich geht ihr das. Ja, Errungenschaften können wir natürlich auch, äh, ähm, bekommen, indem wir bestimmte Sachen abschließen. Das ist sozusagen sowas wie bei der Playstation zum Beispiel Trophäen. Ich weiß gar nicht, ähm, wie das auf Playstation und Xbox ist, ähm, weil... Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich Final Fantasy 14 auch auf Xbox? Ich glaube nicht, ne, weil nur auf PS4 und PC. Weil damals war das noch so ein kleines Problem mit dem Crossplay. Aber auf jeden Fall können ja PC-Spieler und Konsolenspieler zusammenzocken. So, gut. Ich weiß auch gar nicht, warum ich immer überall zu Fuß hin renne. Wir müssen nämlich jetzt zur Bollwerkhalle. Da können wir hier nämlich, äh, mal zum Ätheriten reisen. Dann könnt ihr das jetzt auch mal sehen. Wir gehen jetzt zum Ätheritenplatz. Gut, da wären wir. Einmal die Vermisstenliste. Müssen wir nämlich noch aushändigen. Willkommen in Limsa Blumensa. Ach, du hast etwas für mich? Eine Liste mit vermissten Personen? Zeig mal her. Danke, ich werde mir die Liste einprägen und nach den Vermissten Ausschau halten. Wartet, ich muss einmal kurz was machen. Mit jedem Schiff, das anlegt, kommen neue Händler, Abenteuer, Handwerker. Ja, ganz oft von mir nach Limsa Blumensa. Die meisten Ankömmliche müssen hier vorbei. Deswegen habe ich mich hier platziert. Ich habe einen Blick für Leute, die etwas im Schilde führen. Denn dir sehe ich an, dass du uns noch eine große Hilfe sein wirst. Ich muss hier einmal... Ja. Ich muss hier einmal jemanden melden. Erstmal auf die schwarze Liste, damit ich die nicht mehr sehe. Und dann einmal melden, bitte. Gut. Das ist nämlich ganz praktisch gemacht hier für diese komischen Seller. Die kann man einfach melden. Alle Achtung, du legst dich für die Gelbjacken ja ganz schön ins Zeug. Ich hätte auch eine Aufgabe für dich. Die Straßenlampen der Stadt müssen regelmäßig mit Öl aufgefüllt werden. Und es ist mal wieder Zeit dafür. Ich kann aber meinen Pfosten nicht verlassen. Würdest du mir die Arbeit abnehmen, nimm das Straßenlampenöl und fülle es in die flackernden Straßenlampen. Wenn das Öl ausgeht, bestelle eine neue Lieferung bei Sisi Puh von der Fischer-Gilde. Sie kümmert sich um die städtischen Straßenlampen. Ja, jetzt sollen wir hier ein paar Straßenlaternen nachfüllen. Das können wir auch gleich machen. Aber wir sprechen jetzt noch einmal mit dem lieben Abülfar. Du möchtest im Auftrag des Bismarcks freilebende Schafe erlegen. Hm, frisch erlegtes Schaf... Hm, frisch erlegtes Schaffleisch. Da läuft einem ja das Wasser im Monat zusammen. Nicht, dass ich mir von meinem Willkriegen sollte ein Essen in Bismarck leisten könnte. Also, wenn du freilebende Schafe suchst, geh am Ende des Piers durch das Ziviertor. Dann stößt du in südliche Richtung auf eine grasende Herde. Deren Fleisch soll ganz besonders zart sein. Alles klar, vielen Dank für die Info. Hier ist nämlich gleich wieder das gleiche Problem. Gut, ihr merkt schon, dass wir immer mehr Quests bekommen, die uns rausführen. Aber wir müssen jetzt noch ein bisschen was hier machen. Denn wir müssen noch ein paar Lampen anzünden. Da wir sowieso noch hier nach hier unten müssen und den letzten Ätheriten aktivieren müssen. Da unten ist übrigens auch die Schurken-Gilde. So, da wollen wir hier mal ein paar flackernde Straßenlampen nachfüllen. Sieben Stück sind es an der Zahl. Man kann es übrigens so aktivieren. Oder man geht hin, markiert es und kann hier über das Feld gehen, hier in der Quest-Beschreibung. In der kleinen Quest-Übersicht. Das geht auch wunderbar. So, dann geht es ab nach da unten. Oder, nee, warte mal, glaube ich nicht mal. Geht das, wo ging das jetzt längs? Oder doch, da hinten geht es weiter. Ich sprinten, mach mal ein bisschen Sprinten. Ah ja, hier. Da hätten wir es auch gleich geschafft. So, und zu guter Letzte, die Letzte. Zu guter Letzt, die Letzte. Ha. Ja. Gut. Das hätten wir geschafft. Dann wollen wir uns jetzt nochmal hier mit dem letzten Stadt-Itheriten verbinden. Und damit müssten wir alle, ja, haben wir. Du hast dich mit allen Stadt-Itheriten in Limsa-Lumins harmonisiert und kannst dich nun über das Itheriten-Netzwerk auch zum Cefi-Tor und zum Sturm-Tor und zum Luftschiff-Landeplatz teleportieren. Wir haben jetzt damit noch weitere Teleportationspunkte freigeschaltet. Zum Beispiel, dass wir uns auch außerhalb, also raus aus der Stadt teleportieren können. So, aber zunächst müssen wir hier noch ein Quest abgeben und dem lieben Sisi-Poo sagen, oder der lieben Sisi-Poo sagen, dass wir die Straßenlaternen aufgefüllt haben. Du hast die Straßenlampen aufgefüllt. Sie hat also schon wieder einen Abenteurer beauftragt. Dabei hatte sie mich doch gebeten, ihr ein paar Nebenjobs zu beschaffen, damit sie ihr Taschengeld aufbessern kann. Und jetzt delegiert sie die Arbeit weiter. Sie ist noch jung und unbekümmert, aber dass sie so schnell die Lust an der Arbeit verliert, hätte ich nicht gedacht. So, und jetzt lernen wir auch was kennen, und zwar geht es um die Famillare. Hier kriegen wir eine kleine Erklärung. Das sind die Famillare, die den Hermetiker ausmachen. Wir kriegen nämlich zuallererst einen Magie-Famillar, einen Smaragka-Funkel-Famillar. Und das ist eigentlich ein DD-Famillar, damit der ist auf Schaden ausgerichtet. Und das ist der kleine. Der agiert im Großen und Ganzen eigenständig. Wir haben hier diese Liste. Und in der Liste können wir verschiedene Sachen ausstellen. Er steht jetzt so standardmäßig am Anfang immer auf Schütz, damit er eigenständig handelt. Man kann ihn aber auch ausbefehlen oder auch sagen, dass er ab 8 geben soll. Und dann nur noch auf Kommandos, also dass er die Skills, die er hat, nicht alleine einsetzt, sondern dass du die einsetzen musst. Dann greift er nämlich nur noch normal an. Und du kannst nochmal ihn gezielt jemanden angreifen lassen. Später sollte man sich als Hermetiker auf jeden Fall auch mit ein paar Makros auseinandersetzen, weil man dann auch super Skills kombinieren kann, wie dass dein Family auch immer den Gegner angreift, den du möchtest. Und nicht einfach den nächstbesten auswählt. Weil sonst musst du ihn immer alleine, musst du ihn immer manuell damit beauftragen, den gleichen Gegner wie du anzugreifen. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Am Anfang ist das jetzt aber noch nicht so wichtig. Wir sind ja noch wirklich ganz am Anfang. So, ich gehe jetzt einmal kurz ins Layout. Ich möchte hier nämlich gerne die zweite Kommandozeile ein bisschen weiter nach unten schieben. So, wir kriegen später auch noch so eine sogenannte ETH-Strom-Balken. Die packe ich erstmal da hin. Ich bin übrigens kein Held, was den Aufbau des Schirmers, des Layouts meines Interfaces angeht. Da war ich noch nie so wirklich ein Held drin. So, dann kann ich hier nämlich Kommando Menü 8 aktivieren und das hier hinziehen. So, und dann drücke ich mal auf Speichern. Weil dann hier lege ich immer ganz gerne oben zum Beispiel mein Famila hin. Ich kann hier nämlich auch die Rückführung und den Teleport, den werde ich so wahrscheinlich eh nie benutzen. Packe ich aber erstmal auch mit da hin. So was wie das Emote kann ich auch erstmal da hin packen. Wir haben jetzt auch unseren ersten Heilzauber erlernt, weil der Hermetiker kann natürlich auch heiler werden. Und der nennt sich Physik. Du regenerierst LP des Ziels Heilpotenzial von 400. Den packe ich auch erstmal nach hier oben. Ja, das ist wie gesagt unser erster Famila, unser süßes kleines Smaragd-Karfunkel. Mit der Zeit lernen wir noch weitere zu beschwören. Also auf jeden Fall noch einen Topaz, einen Topaz-Karfunkel, glaube ich. Was ist denn eine gelbe Variante? Ich habe öfter auch mal so ein rotes Karfunkel rumlaufen sehen. Entweder ist der neu. Also als ich damals gespielt habe, gab es den noch nicht. Ja, gut. Der liebe Sissipo hat natürlich noch einen Quest. In letzter Zeit kehren mehr und mehr Fischer, die nach der siebten Katastrophe ihren Beruf aufgegeben hatten, wieder auf das offene Meer zurück. Aber dafür braucht man eben Fischerboote, nicht wahr? Deswegen möchte ich bei Naldik und Vimili welche bestellen. Würdest du mal kurz bei der Platner-Gilde auf den oberen Decks vorbeischauen und bei Nansa die Boote bestellen? Sie leitet die Schiffbaufirma. Den Quest können wir auch sofort abgeben. Da gehen wir nämlich einfach mal schnell zur Platner-Gilde. Aber da müssen wir am besten zur Achterburg. So, dann können wir auch hier ganz schnell zur Platner-Gilde kommen. So, die Fischer-Gilde will Fischerboote bestellen? Hm, so einfach ist das nicht. Naldik und Vimil sind, äh, Vimili sind zur Zeit mit dem Ausbau großer Schiffe ausgelastet. Das ist, da ist kaum Raum für weitere Bestellungen. Aber die Fischer-Gilde ist einer der besten Kunden, deswegen will ich sehen, was ich tun kann. So, hier können wir das erste Mal was auswählen. Ich will jetzt einfach mal ETH-Tränke. So. Ich denke, jetzt haben wir nämlich erst einmal die meisten Quest hier drin erledigt. Wir gehen nämlich jetzt, ähm, das erste Mal raus. Ich glaube, wir gehen nämlich zuerst in das untere La Nosea. Ach, gucke mal an. Hier ist ja auch noch was, was wir abgeben müssen. Fällt mir gerade ein. Warum ich immer wieder da drauf drücke? Ich weiß es auch nicht. Hier hinten müssen wir auch noch ein Quest an. Da können wir nochmal zur Fischer-Gilde gehen. Da müssen wir wahrscheinlich auch nochmal hin und her rennen. Wo ist sie denn? Da. Ja, das war dann mal wieder super der falsche Weg. Super aufgepasst. Mach gerne sowas. So, Lonward. Das ist ein Quest, den wir ganz am Anfang übrigens bekommen haben. Hey, was führt dich zum Kloster derartigen Schwestern von Edelweiß? Das ist unbefugnis dazu drin und er sagt, also musst du mir, musst du mit mir Vorlieb nehmen. Hier, wir haben doch ein Paket für dich oder für die Schwestern. Oho, ein Paket von, vom Brugger, äh, Brugger-Konsortium? Zeig her. Hm, ja, das sieht lecker aus. Walnussbrot, Ingwerkekse und sogar ein Eiersandwich à la Bismarck. Da weiß jemand, was gut ist. Richte dem Auftraggeber bitte unser Dank aus. Das, äh, Brugger-Konsortium kann sich jederzeit auf uns verlassen. Okay. So, dann müssen wir jetzt nur noch den Quest abgeben. Und, äh, dann können wir endlich raus. So, einmal zum Iteritenplatz. Da haben wir nämlich einen der ersten Quests angenommen. So. Danke, dass du das Paket abgeliefert hast. Das hält die Schwestern bestimmt bei Laune. Ich werde dem Vorsitzenden unserer Gesellschaft die Nachricht ausrichten. Hm? Was die artigen Schwestern, was die artigen Schwestern so treiben? Ich wünsche dir, das darf ich dir nicht verraten, aber keine Sorge. Wenn du dich länger in Limsa aufhältst, wirst du es früher oder später ganz sicher erfahren. Ähm, so. Das war einer der ersten Quests. Und jetzt können wir auch auf wirklich rausgehen, huch. Das wollte ich nicht. Wenn ich zum Beispiel Y drücke, kann ich mein Buch ziehen, beziehungsweise meine Waffe. Es gibt, ähm, unter Emotes, äh, sozial ist das, auch einen speziellen Befehl, wo man die Pose ändern kann. Zum Beispiel, wenn man das Buch draus macht. Das finde ich auch ganz cool so. Und dann, ähm, gibt es auch die gleiche Funktion, dass man auch anders steht. Ach, und der R ist das, ja. Dann kann man das nämlich auch, wenn man steht zum Beispiel. Ah, die ist doch ganz cool. Gut. Dann ist es denn endlich soweit. Es hat jetzt auch aufgehört zu regnen, das ist doch wunderbar. Dann können wir jetzt endlich, ähm, rausgehen. Und wir gehen jetzt nämlich erstmal ins untere Landusseer zum Sturm, Sturmtor. Da haben wir auch eine, eine neue Errungenschaft frei gespielt, Dekato Graf und Teresala Nasea. So, jetzt kriegen wir hier noch eine Einführung in Kämpfe. Das ist aber ziemlich einfach, weil es schön, schön das klassische Kampfsystem ist, was man aus MMOS so kennt. So, dann wollen wir doch mal anfangen, ne? Ja, es ist immer so ganz wichtig, wenn man den Hermetiker spielt. Er hat viele Skills, die sind, ähm, Damage over Time. Das sind Dots und z.B. Bio so einer. Dass man die zuerst castet, ähm, und die muss man auch immer aktiv halten, um nachher den maximalen Schadensoutput, ähm, zu erreichen mit dem Hermetiker. Und jetzt fange ich auch gleich mit Ruinern, so wie es nicht sein soll. Eigentlich kann ich es auch so lassen. Routine, das, die Routine sind die Erfahrungspunkte, die wir hier bekommen. Die sind hier unten. Wir haben hier übrigens auch schon einen Ruhebonus gesammelt. Das heißt, wir kriegen jetzt sogar plus 240% mehr Erfahrung auch in den Kämpfen. Warte, ich mache einmal mein Mikro ein bisschen weiter runter, dass es mir so ein bisschen weit vor den Augen fasst. Ach, gut, das ist ein bisschen übertrieben. Und ja, wir finden jetzt auch im Arsenal einige Sachen. Jetzt habe ich hier auch so einige Sachen gefunden, aber die sind alle schlechter als, äh, als, äh, meine Standardsachen, die ich hier ausgerüstet habe. Also, man könnte die natürlich ausrüsten. Die sehen auch ganz cool aus, aber die kann man später hauptsächlich nehmen. Das ist jetzt zum Beispiel von Final Fantasy, berühmten Final Fantasy Charaktern. Ich glaube, das ist von Firion aus Final Fantasy 2. Hier, das ist zum Beispiel von Zidane aus Final Fantasy 9. Das ist auch ganz cool eigentlich. Ähm, aber ich bleib bei unserem, was für so, bei der Standard Mikote Weste, weil die hat einfach am Anfang die besten Werte. Und, ja, die kann man später benutzen, weil man, ähm, die, ähm, über Ausrüstung legen kann. Die, äh, ganzen Sachen, die man hier bekommen hat. Ich glaube, hier gerade, man hat gar keinen, äh, Kopf, äh, Kopfsachen hat man gar nicht bekommen für die, außer hier, außer das Wildrosenbandana. Aber ansonsten hat man für die anderen keine Kopfausrüstung bekommen, für die anderen Kostüme. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich glaube, Zidane trägt auch gar keinen Kopf, Kopfausrüstung genauso wenig wie Cloud. Deswegen haben sie es wahrscheinlich nicht gemacht. Gut, ist auch egal. Auf jeden Fall kann man diese Ausrüstungsgegenstände später projizieren auf andere, wenn man das Aussehen cool findet. Ja, gut, ähm, das nur dazu. Können wir bestimmt später auch nochmal genauer drüber reden. Denn, wie gesagt, das Spiel hat so viel und, ähm, vieles weiß ich davon auch gar nicht mehr so genau. So. Dann machen wir mal weiter. Unser liebes Karfunkel hat mittlerweile, oder mittlerweile, momentan den normalen Angriff. Das ist Böe. Und dann hat es den Rückstoß. Den setzt es jetzt, weil ich es so eingestellt habe, alle 90 Sekunden automatisch ein. Was den Gegner, wie ihr gerade gesehen habt, schön nach hinten zurückstößt. Was für einen, für eine Magierkampfklasse natürlich sehr praktisch ist. Die Unterschiede übrigens zu diesen Plusquests und den normalen Quests, also die Plusquests sind oft, die bringen einem was Neues bei, oder, äh, die bringen, also ich glaube, das war so im Tutorial, dass diese Plusquests einem neue Mechaniken des Spiels beibringen und so. Oder, oder, dass die einen da, ähm, weiter einführen sollen. Meines, in meiner Erinnerung nach, was ich in den Tutorials gelesen habe. Und das hier sind ja zum Beispiel das, äh, mit dem Plus sind, wegen unserem Hermetiker-Quest, weil wir die Marienkäfer ausschalten müssen. So, damit hätten wir genug Marienkäfer ausgeschaltet. So, noch ein paar mehr Dock-Ratten ausschalten. Die müssen wir sogar für zwei Quests ausschalten. Ich, bitte, ähm, sei gnädig mit mir. Ich spiele viel auch mit Maus. Ich weiß, ähm, O-S sollte man auf jeden Fall oft auch primär mit Tastatur spielen, aber ich bin halt einer, der auch ziemlich viel die Maus benutzt. Wir sind schon Stufe 5 jetzt. Das heißt, wir können auch schon unseren nächsten Job-Quest annehmen. Ich glaube, das ist alle fünf Stufen, dass man seinen nächsten Job-Quest annehmen kann, der einen so ein bisschen weiter in die Klasse einführt. So, damit hätten wir das geschafft. Ich gucke einmal kurz auf die Map. Das ist immer ganz schön. Das zeigt immer ganz genau an, wo wir hin müssen. Ja, und dann gibt es hier noch die Fates. Stell dich dem Fate. Das heißt Full Active Time Event. Ein fatales Ereignis. Und das, wenn du in diesen Bereich gehst, musst du bestimmte Bedingungen erfüllen, um, ja, ähm, um diesen, ich zeige euch das einmal kurz. Muss man für bestimmte Bedingungen erfüllen, um diesen weißen Balken nach vorne zu bringen. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Fates. Ähm, und wenn man das geschafft hat, je nachdem, wie groß man, ähm, daran teilgenommen hat, kriegt man Bronze, Silber oder Gold. Und je nachdem auch, äh, den Erfahrungsanteil. Also damit kann man auf jeden Fall auch Erfahrung sammeln. Und wie gesagt, es gibt ganz viele verschiedene, unterschiedliche Fates. Ich weiß gar nicht, ob die Fates überhaupt noch eine große Rolle spielen. Damals, als ich auch noch gezockt habe, gab es ganz viele Fade-Fade-Gruppen, weil man da einfach zum Schluss mega schnell leveln konnte auch mit, um seine letzten Erfahrungsstufen zu erreichen. Ich weiß mittlerweile nicht, wie das jetzt alles aussieht. So, jetzt haben wir noch die Aurelias. Siegen einmal, weil wir Quallenstreifen einsammeln müssen und, ähm, weil wir wegen unserer Thermetiker-Quest Aurelias ausschalten müssen. Übrigens werden die Gegenstände hier automatisch eingesammelt. Das heißt, sie werden automatisch in das Inventar gepackt. Man hat auch eigentlich ein schön großes Inventar. Und hier sieht man nochmal, dass hier so Splitter, weiß gar nicht, ähm, Scherben gesondert gesammelt werden. Und Quest-Gegenstände auch, Schlüssel-Gegenstände nennen die sich hier. So. Und die Ausrüstung wird ja auch noch gesondert gesammelt. Hier hat man auch gerade wieder so eine klassische Fläche auf dem Boden gesehen, weil wenn ich da jetzt nicht ausgewichen wäre, weil man das ja kann, dann hätte ich wahrscheinlich irgendeinen Stun-Effekt oder so bekommen. So, dann noch einen Quallenstreifen, den wir brauchen. Ja, das Feld ist jetzt erfolgreich, weil die NPCs das wahrscheinlich, weil die Zeit abgelaufen ist oder die NPCs das selber abgeschlossen haben. Aber ich habe zum Beispiel jetzt gerade so diesen Stun bekommen, die Paralyse, dass ich zwischendurch so blitze und dann werden meine Befehle zum Beispiel unterbrochen. Meine Casts und so. Das ist echt uncool. Besonders, wenn man später in Dungeons, in Gruppen ist und sowas passiert, ist das uncool, wenn man als Heiler zum Beispiel heilen muss. Also das, wenn der Heal jetzt gerade nötig ist und dann kommt so ein scheiß Paralyse-Tick. Uncool. So. Ich gucke gerade so ein bisschen nach OBS rüber, ob das noch alles flüssig läuft. Also ich glaube aber schon. Das sieht eigentlich ganz gut aus, wenn ich mir das angucke. Wenn ich mich so drehe, sieht das alles gut aus. Gut. Jetzt seht ihr übrigens auch schön diese Wettereffekte, die es hier auch gibt. Zum Beispiel, wir haben ja schon in der Stadt den Regen gesehen, aber jetzt ist es hier zum Beispiel gerade neblig. Das wird immer oben hier auf der Minimap angezeigt. Hier gibt es auch ganz viele verschiedene Wetter. Und das ist einfach ein schönes Spiel. Man kann es, ich kann es immer nur wieder sagen, grafisch ist das echt schön und es ist auch sehr, sehr atmosphärisch. So, jetzt gehen wir hier rein, wieder in die Stadt und dann müssen wir auf jeden Fall noch Schafe erlegen. Wie ihr seht, ploppen hier schon überall Quests auf. Da werden wir auf jeden Fall auch noch hingehen und alles nach und nach machen. Da wird noch sehr, sehr viel auf uns zukommen und sehr, sehr viel Text. Das kann ich auch schon mal prophezeien. Also, wenn ihr hier was von den ganzen Quests und so mitbekommen wollt, dann seid ihr bei mir genau richtig, weil ich skipp das nicht. Ich lese das alles vor. Ich nehme übrigens jetzt den bequemen Weg und nutze die Teleport-Funktion, dass ich mich hier in Zentrale Lanosea teleportieren kann. Warum habe ich immer ein Problem am Anfang und mich so, ach nee, doch nicht. Ich war also doch auf dem richtigen Weg. Dass ich auch immer ein bisschen blöd am Layout finde, warum die Gruppenliste direkt da unter dem Szenario-Ding ist und die Gegnerliste kann ja auch mal ein bisschen hier hin und die hier. Das kann ich bei Bedarf ja immer noch anpassen. So, dann gehen wir jetzt ins zentrale Lanosea zum Zephyr-Turm und da haben wir auch wieder eine Errungenschaft freigespielt. So, damit wären wir hier und da vorne sind auch schon die Schafe. die laufen hier schön rum und dann wollen wir mal ein bisschen Filet sammeln. Im Endeffekt weiß ich auch gar nicht, was alles am Hermetiker verendet wurde. Was Gute ist ja, dass wir auf jeden Fall einen Beschwörer spielen werden und keinen Gelehrten und der Beschwörer ist ja sowieso, ich habe da zwar einmal mal reingeguckt, man kann den nämlich parallel zum Gelehrten ganz gut spielen, aber ich weiß gar nicht, wie man den, ja, wie der genau spielt, wie seine Skills sind und so. Genau habe ich mich nie mit dem auseinandergesetzt. Da bin ich auch noch mal gespannt drauf. Was ich mich auch frage, gibt es noch die Möglichkeit, Attributspunkte zu verteilen? Das wird mich ja auch noch mal interessieren, wie das nachher aussieht, weil man konnte damals Attributspunkte verteilen. Wir werden es sehen, wir werden gucken, was dann noch auf uns zukommt. Hier sehen wir übrigens alle Klassen, übrigens sind das ja nur die Krieger-Magier-Klassen, es gibt natürlich auch Handwerker und Sammler, also wenn du Bock auf Crafting hast, ist Final Fantasy auch ein wunderbares Spiel für dich. Da kannst du dich auf jeden Fall austoben. So, ich weiß gar nicht, warum ich weglaufe, weil wir haben noch gar nicht genug Schafe ausgeschaltet. So, damit hätten wir es jetzt aber geschafft. Dann können wir jetzt wieder reingehen und die ganzen Quests abgeben und wahrscheinlich wieder genauso viele annehmen. Gucken wir mal. Ich glaube, hier in den oberen Deck, ja, wir haben überall was abzugeben, also von daher, das meiste haben wir in den oberen Decks abzugeben, dann gehen wir jetzt erstmal zu der Hermetiker-Gilde. Oder wie schon? 45 Minuten. Komm, das mache ich hier noch mit rein. Das wäre doch blöd, jetzt die ganzen Aufgaben erst nächste, nächste Folge abzugeben. So, wir gehen jetzt ins Eteriten-Netzwerk und gehen zur Hermetiker-Gilde. So, da wären wir auch schon. Hallo. So, wie kann ich sie denn mal abkürzen? Fabi? Fabi ist doch schön, oder? Wenn ich sie Fabi, weil, wenn ich Fabi-Geim sage, nee, dein Name ist Sabi. Wir kommen zurück, die erste Lektion war keine schwierige Herausforderung für dich richtig. Werde nicht überheblich und konzentriere dich voll auf deine Aufträge, denn jedes Detail, das sich dir in meinen Aufgaben offenbart, kann dir irgendwann einmal im Kampf die Haut retten. Geh hinaus und lass dich von den Aufgaben dabei führen, die Welt mit den Augen des Hermetikers zu sehen. Bald wirst du überall die Etergramme und magimatischen Zusammenhänge ersehen, die anderen verborgen bleiben. Ich gebe dir jetzt dieses Bestiarium. Da sind Aufgaben verzeichnet, mit denen du deine Fähigkeiten als Hermetiker üben kannst. Rufe das Karfunkel herbei, um dir im Kampf zu helfen. Es gehört zum Hermetiker wie die Achs zum Marodeur. Wenn du deine ersten Erfahrungen gesammelt hast, werde ich dir wieder eine neue Aufgabe stellen. So, jetzt sollen wir Stufe 5 erreichen, das sind wir natürlich schon. Ja, das schöne Bestiarium kann ich mal öffnen mit B. Ist auch noch eine schöne Möglichkeit, Erfahrungspunkte zu sammeln. Das heißt, es gibt jetzt überall Gegner, die man ausschalten muss. Teilweise haben wir da schon einige von ausgeschaltet und dafür gibt es Routine. Und es gibt für jeden Rang eine Mindeststufe, die man erreichen muss, damit man den nächsten Rang freischaltet. Und wir sind natürlich erstmal Rang 1 und haben hier unsere Aufgaben. Das meiste, was am meisten Erfahrungen gibt, sind nachher die Blitzexagons, die geben 1700 Routine. Und ich sehe schon wieder was, was gleich unterbinden werden muss. So, gut, dann nehmen wir auch gleich hier den neuen Quest an. Was haben wir dafür eigentlich bekommen? Rosinen. Ja gut, ich mag jetzt nicht so wirklich Rosinen, aber sie hören unser Zaubertempo um 8%. Ich habe sowas auch echt immer wenig benutzt. Ich meine, ich glaube, das macht wirklich mal Sinn, sowas zu benutzen. Aber ich habe es immer wenig gemacht. So, hier kriegen wir dann schon ein bisschen Ausrüstung, wenn wir den abschließen. Da bist du ja wieder, Arno, hast du schon gegessen? Leerer Bauch studiert nicht gern, sagen wir hier in Limsalominsa. Inzwischen müsstest du ganz gut mit dem Karfunkel zurechtkommen. Willst du mir nicht einmal zeigen, wie gut? Gehe in das untere Lanassea und erledige drei Dodos und drei winzige Mandragoras und mit deinen hermetischen Fähigkeiten. Die Bewegung des Gegners gründlich analysieren. Die beste Kampfstrategie auswählen und dem Karfunkel blitzschnell die richtigen Befehle erteilen. Das ist deine heutige Lektion. Die blitzschnellen Aktionen führt mein liebes Karfunkel alleine durch. Noch jedenfalls. Gut, dann hätten wir den abgeschlossen. Jetzt müssen wir nach oben ins Oberdeck. Da gehen wir am besten wie immer zur Achterburg oder erst mal hier zur Gummigilde. Dann gehen wir da hin. So, hier einmal dein Filet oder das Fleisch. Die Gesellschaft kommt in ein paar Stunden. Hoffentlich ist das Schaffleisch bald da. Ja, ich hab's dabei. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Das Schaffleisch sollte reichen, um die ganze Gesellschaft zu versorgen. Ich lasse es sofort in die Küche bringen. Ich verfröre selber Köchin, aber leider besitze ich nicht das nötige Talent. Deswegen habe ich umgesattelt und mich als Kellnerin in den Dienst des Bismarck gestellt. Ich liebe das Restaurant und widme mich der Arbeit mit Leib und Seele. So, jetzt können wir uns hier die erste Ausrüstung aussuchen. Müssen wir aber nicht, weil wenn ich das vergleiche mit unserer jetzigen Ausrüstung, ist es genau gleich gut. Gut, das Einzige, was wir hier bekommen, und das spricht auch wirklich nur dafür, ist, dass wir dafür Boni kriegen. Und deswegen, also wir kriegen Intelligenz plus eins und Willenskraft plus eins. Das ist das Einzige, was ich in Final Fantasy so ein bisschen schade finde. Die Anfängerrüstungen, die sehen hier nicht so cool aus und es gibt auch wenige verschiedene Varianten davon. Später nachher sehen die Ausrüstungen alle mega cool aus, aber gerade am Anfang, vielleicht haben sie es extra gemacht, dass man am Anfang halt so aussieht, aber gerade so Magier mäßig hat man so Fäustlinge an und so 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 komischen Kutten. Also einige finde ich cool, einige nicht so, aber so ist das halt hier als Magier. Diese Fäustlinge finde ich echt am gewöhnungsbedürftigsten, aber was soll's. Später sieht man schon echt cool aus. Es wäre ja auch heftig, wenn man jetzt schon die mega geile krasse Rüstung hätte. Das kann ich natürlich auch verstehen. Aber ich finde, gerade so auch in der Abwechslung in den niedrigen Leveln, vielleicht haben sie es ja auch schon ein bisschen angepasst, aber so wie es halt bei mir war, gibt es nicht so viel Auswahl. Vielleicht irre ich mich auch und habe auch schon vieles vergessen. Ich möchte das Spiel jetzt nicht deswegen zu doll kritisieren, weil es ist trotzdem einfach nur mega schick. Gut, dann nehmen wir die Lederfäustlinge. Ich könnte auch die allergischen Zinsstücke nehmen. Das gibt dann Gill, kann man verkaufen. Aber ich hole nicht immer das Gill, sondern jetzt hole ich erstmal die Lederfäustlinge. So, und da sind wir auch schon Level up und haben Eterfluss bekommen. Dir steht nun ein Eterstrombalken zufügen. Öffne das Hilfefenster. Führe Eterfluss aus, um deine Etersteine zum Leuchten zu bringen. Abhängig von deiner Stufe kannst du bis zu drei Etersteine aufleuchten lassen. Das war damals auch noch anders. Ich weiß gar nicht mehr, wie das damals angezeigt wurde. Das ist auf jeden Fall der Eterfluss, den wir neu bekommen haben. Den brauchen wir später für viele Fähigkeiten. Wir können das später bis zu dreimal stapeln. Damit muss man auch gut umgehen können nachher. Wann man, wie man welche Fähigkeiten einsetzt. Ich weiß nur, dass man hier auch 10% deiner maximalen MP, dass man da 10% der maximalen MP regeneriert. Da kann ich noch nicht drauf eingehen. Okay, dann lassen wir das noch. Hier sehen wir übrigens, was wir alles noch an Skills lernen. Also, es ist noch ein bisschen was. Gut. Gut, 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 gut. So. Dann gehen wir jetzt zur Ertränkensorge. Da warten auch schon die nächsten Quests. Sehe ich gerade. Ich wollte auf jeden Fall einmal noch die Quests alle abgeben und dann die neuen noch annehmen, damit wir uns dann in der nächsten Folge uns den weiteren Aufgaben stellen können. Ja, wir sind auch schon bei 53 Minuten. So, bei Baderon sind das mal ein bisschen längere Gespräche. Ich nehme das hier erst mal an. Hallo, du wirkst schon ein ganzes Stück reifer als bei unserem letzten Treffen. Ja, ja, man lernt eben aus seinen Fehlern. Haha, diesmal habe ich einen wirklich Lohnenauftrag für dich, ehrlich. Die verrückte Brücke im unteren Lanossier ist eine Hauptverkehrsader in Salominsas. An so einem Ort gibt es immer viel zu tun für Abenteuer. Nicht zu danken, ich helfe immer gern. Also geh durch den Sturm durch hinaus und dann nach Nordosten. Frag die Wachsoldatin Kreta an den Augen, an den Augen, ob sie nicht etwas für dich zu tun hat. Die Augen, das ist der Name der Felsformation. So. Und dann geben wir auf jeden Fall zu Baderon. Ja, können wir nicht ein bisschen was abgeben. Ein glibbriger Genuss. Ja, wir sollten doch ein paar schöne Quallenstücke sammeln. Den Namen kann ich wirklich nicht aussprechen. Hat mir mit verschmitztem Lächeln angekündigt, dass mir jemand etwas ganz besonderes bringen würde. Bist du in ihrem Auftrag hier? Na, hier hast du dein Stückchen Qualle. Igitt! Das sind ja Quallenstückchen und dann noch vom Schirm einer der Aurelia. Also, als ich sagte, dass der Geschmack unvergesslich sei, hatte ich das eigentlich anders gemeint. Denn es hat mich jedes Mal einen Haufen Überwindung gekostet, die glibberigen Quallen herunterzuwürgen. Aber nichtsdestotrotz, dass sie sich solche Mühen gemacht hat, um mir eine Freude zu bereiten. Das rührt mich. Was für ein gutes Mädchen. So, jetzt darf ich mir auch was ausrufen. Und hier nehmen wir die Hanfheilprobe. Können wir auch gleich mal apropos ausrüsten. Das habe ich ja noch gar nicht gemacht, das mache ich mal über den Huch. So. Einmal die. Und einmal die. Jedenfalls haben sie die gleiche Farbe. Ich weiß gar nicht, ob das damals auch so war, dass die unterschiedlichen Farben hatten. So sehen wir auf jeden Fall jetzt aus. Ich meine, so schlecht sieht das jetzt auch nicht aus. Na, die Farbe ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Gut. Beschäftigen wir uns damit nicht weiter. Wir sind halt noch ein äh, junger junger Hermetiker und müssen uns die schöne Ausrüstung erst später noch verdienen. Das ist einfach so. Ausgezeichnete Arbeit. Danke deinem Beherzen zu packen, werden die Dockraten sich ein neues Zuhause suchen. Ein paar Raten zu erlegen mag nach einer typischen Aufgabe für einen Anfängerabenteurer ohne nennenswert Erfahrung klingen. Aber in diesem Fall hast du der Stadt einen großen Dienst erwiesen. Die Brücke ist eine für die Versorgung der Stadt höchst wichtige Verkehrsader. Nicht auszudenken, wenn die Brücke einstürzen sollte. Die von uns gelieferten Metallplatten sind sehr robust und entsprechen den strengsten technischen Anforderungen. Sie trotzen der salzigen Seeluft problemlos. Aber mit den korrosiven Experimenten der Dockratten haben unsere Ingenieure nicht gerechnet. Denen hält auf Dauer keine Metallplatte der Welt statt. Nun ja, dank deiner Hilfe ist diese Gefahr nun gebannt. Und den schönen Handfut nehmen wir natürlich auch dazu. Also wenn schon, denn schon. Den schönen Zauberhut setzen wir dann auch auf. Aber den kann ich leider nicht ausgerüstet lassen, weil die Haarspange Boni gibt. Deswegen lasse ich sie drauf. Aber da hätte ich jetzt zum Beispiel die Stücke nehmen können. Aber ich wollte jedenfalls, dass wir das Set einmal komplett haben. So, jetzt haben wir hier einen neuen Hauptquest, denke ich mal. Hallo Arna, schon mal ist auf jeden Fall einer, sieht man an dem Questsymbol, schon mal etwas von den Sommerforthöfen gehört. Das ist eines der Gebiete, die nach der großen Katastrophe neu erschlossen wurden. Viele der dortigen Siedler sind ehemalige Piraten, die sesshaft geworden sind. Ackerpiraten werden sie manchmal genannt. Die Obstplantagen sollten sehr gut gedeihen, wie man hört. Ein alter Bekannter von mir, Stellwirn, leitet jetzt die Höfe. Neulich sagte er, dass wieder Arbeitskräfte gebraucht werden. Und er bat mich, ihm welche vorzustellen. Verlass die Stadt durch das Cefi-Tour und folge der Straße in nordöstlicher Richtung. Dann kannst du die Sommerforthöfe nicht verfehlen. Aber beeil dich! Und da werden uns auch die nächsten Aufgaben auf jeden Fall hinführen, weil ich das nach der jedenfalls so mache, wie mir das gesagt wird. Ich muss eigentlich mal gucken, zentrales. Ich muss da ins zentrale La Nosea. Ich habe aber auch Aufgaben. Muss mal kurz gucken. Stufe 4, Stufe 4. Ich werde auf jeden Fall erst mal dieses angehen. Ich versuche das nacheinander abzuarbeiten. Und dann kann ich nämlich hier auch Dodos ausschalten im unteren La Nosea. Aber das alles erst in der nächsten Folge, denn jetzt habe ich wirklich lange genug aufgenommen. Es ist wirklich gleich eine Stunde. Ich würde sagen, ich beende hier die Folge und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Was habe ich? Habe ich Folge gesagt? Ja, ich habe gedacht, ich habe Stunde gesagt. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und ich bedanke mich sehr fürs Zugucken. Und ich hoffe, ihr habt auch wieder in der nächsten Folge Lust dabei zu sein, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 14 Online. Bis dann und danke fürs Zugucken. Ciao!